Nominiert in der Kategorie Industrie und Material. Das neuartige Prinzip zur konstruktiven Gestaltung von Dichtungen für Tübinge im Tunnelbau. Von der Detweiler Ceiling Technologies Deutschland GmbH aus Waltershausen. Das wichtigste Marktsegment für Detweiler ist die Fertigung von Dichtungen für Tunnelröhren, die aus Betonsegmenten, den sogenannten Tübbings, bestehen. Unsere Dichtungsrahmen schützen den Tunnel vor eindringendem Grundwasser. Um konkurrenzfähig zu bleiben, brauchen wir innovative Lösungen. Durch Bautoleranzen bei der Herstellung von Tunnelröhren ergibt sich teilweise ein Versatz zwischen den einzelnen Segmenten des Tunnels. Das führt zu unterschiedlich großen Rückstellkräften und damit zu einer geringeren Dichtigkeit. Bei dem von uns entwickelten Prinzip sind die Rückstellkräfte in den Dichtungen bei verschiedenen Versatzsituationen nahezu konstant. Damit erreichen wir konstante Dichtleistungen über einen definierten Versatzbereich. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die maximal möglichen Rückstellkräfte reduziert werden können. Dadurch können die Befestigungselemente in der Tunnelröhre niedriger dimensioniert werden. Das spart Material und Kosten. Durch diese Vorteile erwarten wir eine deutliche Verbesserung unserer Marktposition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 фин Innen Supontakte für funk, 2017 Vielen Dank.